Willkommen zurück zu Let's Play! Honeypoo! Still! Naja, im letzten Part haben wir... Fuck. Genau das wollte ich nicht kaufen. Warum war ich überhaupt in diesem Scheiß-Tricks noch drin? Ja, im letzten Part haben wir drei Dates geschafft und sind momentan dabei, weiter Dates zu vollbringen, bis wir dann weitere Nächte haben. Und ich sollte mal nachgucken, wie ich jetzt nochmal den anderen geheimen Charakter freischalte. Ich weiß zwar, wie wir das machen müssen, aber ich weiß nicht mehr, wie wir das Item dafür bekommen. Ja, 1 Passion Level für alle 2 Broken Heart Token auf der Grid. Das ist nice, aber die Tokens verschwinden nicht und dann ist das hier genauso gut quasi. Aber mal sehen. So, sie hat auch Romans, wenn es mich nicht irrt. Yep. Von daher... Ich meine, das... Nee... Das sieht schon eher was aus. Sei es drum. Traits, Traits, genau. Charisma. Und als nächstes, äh... Irgendwas hiervon. Wahrscheinlich eher... Mach mir Passion? Luck? Guck mal, wie es kommt. Dann mach hin ey! Mal gucken, ob ich irgendwie am Ende noch die 100% bekomme. Die man irgendwie bekommt, obwohl man nicht irgendwie... Äh, ja... Wunderful! Nearest Achievement hat... Pfuuu... Ich wollte die 4 Herzen hier zusammenbringen. Wow! Oh mein... Ich hab grad so viele 4er. Ernsthaft? Will ich den 4er verbauen? So, irgendwie weiß ich grad nicht, was ich überhaupt anfangen soll hier. Ah, wieder zurück. Bisschen Sentimental. Bisschen Sentimental. So, direkt noch ein grüner. Ich bin immer auf den. Und den. So, 6 bringt mir nicht. Brauch mehr Sentimental. Aber Gott. Da ist so wenig jetzt momentan. Und wenn ich dann mal Sentimental habe, dann, äh... Weil ich jetzt schon das hier machen könnte. Was mir jetzt aber immer noch sehr viel bringt. Dann kommen keine 4er mehr. Was, das ist schon zu viel? Ich glaub's nicht. Ja, und jetzt... Dann steh ich wieder mal aufm Schlauch. Flirt magst du nicht, und wir haben hier so viel Flirt. Ach, da müssen die Teile... Ich krieg keinen unten hier rüber. Für hier. Oder da rüber. Ist doch kacke. Und alles andere, was ich mache, verbaut mir das da oben. Wow, ich glaube es könnte ein Zeitpunkt sein, wo wir wieder resetten. Lange ist es her, seitdem wir das getan haben. Ernsthaft? Hier guckt ja überhaupt nichts Gutes bei raus. Machen wir einfach mal das. Grün hier haben wir auch nicht. Das wird uns quasi auch nur ein Zug geben, weil Grün eh nicht so viel punktet. Gut. So, ich hätte jetzt gern hier noch ne Glocke. Aber das ist doch gut. Hier vier, hier vier. Fuck. Ich hätte den hier zuerst hochnehmen müssen. Aber wir haben ja... ...hier noch ein Vierma. Dann haben wir... ...hier oder hier ein blauer wäre nice. Haben wir aber momentan nicht. Haha, nein. Das war ja auf keinen Fall alles. Ja. Und schon haben wir ihn noch. Ja. Nur wie geht's weiter. Ach, dafür bei ihr auch wieder sechs. Fünf Züge ist nicht mal viel. Fünf Züge ist nicht mal viel. Na gut. Viel Sinnvolles kann ich ja auch grad nicht machen, was es Punkte gibt. Danke, wirklich. Fünf machte sie nicht, ne? Wow. Joa. Fünf. Hat eigentlich mehr von diesen Dingern hier erhofft. Haben wir für die vier jetzt gerade auch einen Move bekommen? Das war doch auch noch nicht so. Was geht hier eigentlich ab? Er hatte doch eben nur noch fünf. Da 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 da. Kostenlose Punkte sind immer gut. Kostenlose Punkte sind immer gut. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Kriege ich hier keinen Orangenen drüber? Leider nicht. Leider nicht. Na komm, das schaffen wir. Ich hätte vielleicht die Orangenen hier oben machen sollen, aber was soll's. Wunderbar. So, fertig. Werd' ja immer knapper. Wunderbar. Let's do this again soon, okay? Okay. Wenn du meinst. Aber ich glaube, ich muss, wenn ich, wenn ich wirklich an diese, alle, alle, ähm, alles schaffen innerhalb von 16 Tagen, muss ich dann wirklich mich darauf konzentrieren, welche Reihenfolge ich da mache. Und welcher Stand der Herzen bei wem wo ist, damit ich da auch keinen Fehler mache. Gut. Gehen wir zu... ...Q. Yo, yo. Q hatte... ...Flirt? Ach, werden wir gleich sehen. So, boah. Das, das... Oh Gott. Eine Sache zu viel gekauft. Das ist nicht so schwer. Ich hab's gesehen. Was? Ich hab's gesehen. Das ist nicht so schwer. Joa, läuft. Ähm, gucken wir nochmal nach, was haben wir jetzt bekommen. Human Style, damit haben wir sie glaube ich kennengelernt. Flower Crown und Tropical Trill. Hey, cool, more free shit yourself. So, was nehmen wir denn da? Lack? Ich bin so ein Lacktyp. Alter, dieser Satz, der ist so... Was stimmt nicht mit dem Satz? So, vielleicht haben wir ja schon mal viel hier unten. Ähm, kann ich damit auch Broken Hearts auswählen? Weil wenn, dann wäre das okay. Aber dazu bräuchte ich ja erstmal ne Chance dazu das zu tun. Geil. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft. Was? Ich verliess trotzdem zu. Hä? Hä? Ich glaube ich habe das Item noch nicht richtig verstanden. Es ist ja jetzt auf einmal weg. Also nicht von wegen, joa, solange die nicht gepotzt sind. Äh, ich glaube ich habe mich da wirklich irgendwie verlesen. Schade. Schade. Dafür habe ich dich jetzt. Kriege ich aber noch vierer zusammen. Uh. 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 Sehr nice. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Cue, das dachte ich mir auch. So, was haben wir sonst noch? Glocken? Glocken? Noch mehr Glocken? Ich werde vier Sentimental irgendwie in einer Reihe bekommen. Sieht aber gerade nicht so prickelnd aus. Damit erst recht nicht. Oh. Hm. Immer noch nicht so ganz. Ich glaube, ich verpeilige gerade alles. Passion bräuchte ich auch mal ein bisschen mehr. Ja. Machen wir das so. So, hier hätte ich gerne... Quatsch habe ich ja hier. Dann habe ich... Wenn ich das hier... Ja, weil ich dann mir den roten nicht verbaue, wenn ich das hier machen würde. Wobei ich mir hier den roten auch nicht verbaue. So. Beautiful. Wobei ich da halt erstmal einen roten bräuchte. So, schade, dass ich dich jetzt nur so runter machen kann. Also verbaue ich mir das rote. Wobei ich glaube, das rote kann ich nicht aufrechterhalten. Wenn das... So. Hier kriegen wir auch nicht noch einen runter. Alles auf dem selben Fleck. Oh, warte mal. Wie ist der denn da hingekommen? Das habe ich nicht realisiert. So, jetzt muss ich auch nur noch drauf achten, dass meine Züge nicht auf null sinken, bevor ich jetzt hier irgendwie total nur noch nicht die Glocken benutze. Oh, roten hätte ich gerne hier. Noch mehr Glocken jetzt. Hätte ich auch gerne hier eine. Meine Güte. Also die Glocken machen mir das heute nicht recht. Ich kann nicht, ich kann nur nicht. Nein. Scheiße. Eieiei, das ist grad echt scheiße. Da war ich wieder mal zuvor heilig. 3 Züge. 2 Züge. Eieiei, konnte ich den hier jetzt wegbekommen? Dann könnte ich einen blauen Vierer machen. Oh Gott, das ist jetzt total scheiße gewesen. Geh mal weg. So, sonst wollen wir noch eine Chance auf etwas. So, wirklich. Nehmen wir freie Punkte, die wir bekommen können, denn das ist eh gleich vorbei. Ein Punkt. Stell' vor, das war mein letzter Zug gewesen. Hey! Das gebrochene Herz hat mir schon beinahe die Hosen runterfallen lassen. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Noch geschafft. Obwohl das Day für mich so gesehen dann gefade gewesen wäre. Wie bereits gesagt. Gut. Zu wem gehen wir jetzt? Audrey! Natürlich. Was? Schon Nacht? Ja, natürlich bin ich blind. Ja, natürlich bin ich blind. Du bist ein bisschen weg. Okay. Nichts. Gibt's du das? Schade. Audrey war Sexuality, ne? Flirt sogar. Flirt. Dann kann ja alles so bleiben. Dann kann ja alles so bleiben. So, nochmal. Select the Token type and you will not lose any moves until the match is made. That is of a different... Oh, oh. So, so. Ja, gut. Falsch gelesen. Ja. Solange ich nur diesen Token dann mache, verliere ich keine Züge. Also von daher... Wäre auch zu OP gewesen wäre das andere rum. Was hast du denn jetzt schon wieder auf einmal? Ja, sei's drum. Mach ich das noch an dem Part? Ja, mach ich. Mach die Parts ein bisschen länger, weil ich kaputt aufhabe. Ich hoffe, ich bleib dann in meinem Halbestundentakt. Maximal. Eieiei. Eie, was mochtest du nicht, Romans? Ja, gut. Ich kann viel machen. Fangen wir damit an. So viel Sentimente, aber eins will ich die nicht machen. Ist das hier schon mal gut? Bitte sehr. So. Was mache ich jetzt? Bringt mir alles nicht so wirklich ein Set auf. Das... Könnt ihr höchstens irgendwas machen und hoffen, dass da was Gutes bei rauskam. Ich bin grad wieder blind. Kommt nicht selten vor. Ich bin grad wieder blind. Jo, leider musste ich jetzt den Roten noch versenken. Das ist kacke. Aber ich hab ja noch die hier. Mann. Das ist gut. Gut. So. Die Orangenen mochtest du nicht. Joah. Das ist geil. Das war schön viel. Effektion. So krieg ich irgendwie viele Herzen zusammen. Wahrscheinlich so. Hm. Ich will schon meine Faction Level grad steigern. Nehmen wir das. Das ist ja auch das. Das ist ja gerade grün. Das hätte ich hier gerne grün. Aber es geht nicht so leicht ohne mir dasselbe genauer zu verbauen, weil ich hier nichts runter machen kann. Schade. Schade. Den roten krieg ich auch noch ein Rote vorher, na gut, dann ist das so. Das ist Glück. Will ich das machen? Nein, will ich das machen? Ja. So, Vira habe ich dennoch nicht so wirklich gut zur Auswahl. Die Glocke kann ich da auch nicht wegmachen. Das sieht doch gut aus. Das war schön viel. Hier erstmal das hier. Ich meine, der Schuh wäre trotzdem eine gute Rettung gewesen in letzter Sekunde. Für alle Fälle. Kann man nicht sagen, yo, ich kann jetzt Einzug davon machen. Drei Centimeter, gib ihm. Einzug nicht verschwendet. Vielleicht hat man dann ja noch Glück, dass genau diese Art von Token noch kommt. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Das ist doch gut. Wenn ich den hier jetzt noch runterbekommen werde. Das ist dann auch wieder ein zu weit unten. Ach, Mensch. Wenn ich das hier mache, geht's. Ich mag sie zwar nicht, aber es war ein Fimba. Dann wird das. Ich will hier ein Sentimental. Das wäre nice. So, irgendwo ein Vira, den ich gerade übersehe. Nop. So, noch mehr Sentimental. Noch mehr Sentimental. Das gefällt mir nicht. Sie müsste alles ein runter. Aber er ist mal ein Vira. Ja, das ist auch so toll. Hier, die sind grün und rot. Ah, schade. Kein grüner runtergekommen. Sei's drum. 14 Züge. Das hier würde ich jetzt auch gerne aktivieren. O. Vira! Fick sie aus! Ja, für dieses eigene Herzchen. Ist nun alles nicht soviel. attraktiv zu sein. So, dann haben wir ein paar Vierer wieder aufgebaut. Krieg ich hier einen blauen? Irgendwie? Also nicht. Den will ich ja eigentlich auch nicht machen, aber was mache ich denn nun am sinnvollsten? Scheiß da drauf, auf diesen Vierer und ich glaub die hier sollte ich auch mal irgendwie wegmachen. Nerven so ein bisschen. Dafür, dass ich dieses Flirt-Item gegeben habe, kommt aber wenig Flirt runter. So viele Vierer-Möglichkeiten, aber nichts da. Okay. Dann nimm mal Power-Trogens. Ah, ist das Glück, was ich genommen habe. Das war ne schöne Kombi. Die mag ich. Du kannst das Glück aus deinem Gesicht. Nö. Ja, ich habe lucky Skills. Natürlich bin ich lucky. Ähm, what else? So, im nächsten Part werden wir uns dann wieder mit... Ah, mit wem beschäftigen wir uns da? Einfach mal wieder, Tiffany. Jo, ich sag bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Viel Spaß und Tschüss.